Ach ja. Ach. 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 Vielen Dank. 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 Du wurdest von Chef 532 in den Channel Sanju, Besprechungsraum verschoben. Hallo. Ja genau, perfekt. Vielen Dank. Wenn wir das bauen, dann organisiere ich das. Also es wäre zumindest gut. Okay. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich kann nicht. Gut. Ja, das ist 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 gut. Ja. Ja, das ist gut. 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 D Singerzuz So, reicht das? Kann ich mich so einstellen? Einmal. Ja, genau. So, wir schauen, ob der Markpanzer läuft, die gleich vorbei kommen wird. Wie sieht das aus mit dem PD? Dürft ihr da ein paar Spezialfahrzeuge auftreiben? SWAT-Panzer oder sowas? Boah, willst du direkt SWAT-Panzer mit dem? Ach so, du meinst dieses mit Wasser... Ja, genau. Wir müssen fragen. Wir müssen fragen. Oh. Hey, ich frag da mal. Ja, ich wollte auch nicht. Ja, ich muss fragen. Vielleicht darf ich die Dings fahren. Gehört doch. Als Leutnant. Ich weiß nicht, ob wann er den fahren darf. Ulchi und Sultan verkauft, ja? Kein Geld. Ey, wo ist Corsacoff hier? Oh, Alter auch. Nein. Geht leider nicht. Das haben Sie nicht schon sehr, die Frau auf die Ehe. Die Leute könnten mal DTMG unterscheiden. Sie benötigen sich nur Fahrzeuge für einen Conroy. Ja. Äh, was soll ich jetzt vorhin? Äh, TLFs. Ach so, ja. Ich wollte mich jetzt geil sein mit dem Yakuza, aber mit ihm die Affair abkuchen. Nein. Sollen wir mit dem Motorräder kommen? Äh, das ist noch keine Frage. Sollen wir mit dem Motorräder kommen? Der kommt jetzt ganz sicher nicht hoch. Sollen wir mit dem Motorräder kommen oder mit der NLSB-Klaus? Oder wie werden wir das machen? Äh, zu welchen muss der überhaupt. Was sagen Sie, Klaus soll mal nach der Braut nicht erst vor dem Mal zu sehen? Chef? Ja, was? Sollen wir jetzt mit dem Motorräder kommen oder sollen wir jetzt mit dem NLSB-Klaus kommen? Also, wir müssen noch auf die... Also, wir müssen noch auf die... Chris hat den Channel betreten. Toretto wurde in seinen Channel geschoben. Soll ich mal was geschickt haben für den Convoy? Äh, irgendetwas mächtiges. Sportpanzer, Enforcer, irgendetwas. Aber mal ein bisschen Sportpanzers. Was? Bei dem Convoy gehört es sich, dass vorne Motorräder fahren. Dann ein paar normale Fahrzeuge. Dann die Limousine. Dann wieder ein normales Fahrzeug. Und dann eigentlich wieder Motorräder. Aber... Sehr gut. Der Highway fahren. Ich könnte im Korinabhausen draus machen. Die sieht immer gut aus. Außerdem sollte es die jetzt rausfahren. Das ist kurze Sache, ne? Ne? Äh, da gab's ein Hotfix bezüglich dem Bug mit der Firma, da. Ist wieder passiert. Der Bug ist wieder da. Ja. Ja. Hey Chris. Habe ich mein Geld schon betrunken? Äh, ich könnte es auch noch aufnehmen. Also, aber halt mit Audi noch dazu packen. Zum Beispiel Musik oder so. Hey Chris. Alter Bayan ist gefühlt die 500 Jahre an. Hat die erste Hochzeit aber gut. Äh, Conny? Ja. Ja. Wir müssen es in Supportbank haben. Also, wir wollten einen Convoyer haben, ne? Ja. Ja, genau. Dann bräuchte ich einmal die Route, die ihr fahrt. Das ist eigentlich total, äh... Von Loops vorn? Zum, wohin? Ja, zum Vor-Base-Seite. Ist das in Tor-Karbonny? Bitte einer, ja? Danke. Wir fahren einfach über den Highway Richtung, äh, LV. Von LV Richtung Kiesgrube. Bis hin dann, bei Base-Seite gibt's so einen dinerischen Aussichtsplattform. Da ist so eine Aussichtsplattform. Dann machen wir mal eine Eisweckling-Rufe. Äh, okay, in Base-Seite war der Mare? Also da gibt's so eine Aussichtsplattform oben. Mit Staroboth-Up. Und in so einer Base-Seite? Ja. Aber nicht nach der Gruppe. Zeig mir kurz woher. Ah, und zwar dahinten, siehst du da, hinter dem Tunnel da gerade, außer auf der anderen Seite vom Meer. Hier bin ich ja mal zu dir. Da ist ein Hügel. Und da oben ist so eine Aussichtsplattform. Ja. Ja. Also nicht in der Bayside, oder? Nein, nein, nicht in der Bayside, also bei Bayside. Und sie funktioniert hier. Wer? Toxie. Toxie. Steht eh schon da oben, ja. Marianne muss rein, ganz schnell, im Moment. Genau, da wollen sie heiraten, die zwei. Ey Toxie. Ja. Ja, ey, ich hab das angekündigt. Ey, Rick, das ist eigentlich vor den Studisien. Vor den Studisien mussten ich einen Wurfwerb. Ach so, ja. Beim Hotfix. Rick Reims wurde in deinem Channel, Sleeks wurde in deinem Channel verschoben. Sleeks? Auch. Kann mich irgendwer bitte zum Noobsbom bringen? Weil das ist vielleicht da. Ja, ich will Übung machen. Wo wirst du dann? Oh, in nächster Zeit. Chris ist zu zu start. Streifendienst 2 gewechselt. Sleeks ist zu zu start. Streifendienst 2 gewechselt. Ah, nice. Mir auch. Okay, I should. Wo ist alles? Chris ist Toxie. Toxie zu Klaus, der ist auch da. Wahrscheinlich können wir nicht so machen. Also irgendein Scripter hat angekündigt, im Update Log als Hotfix. Was passiert? Was passiert? Da war Restart und wieder der gleiche Scheiß. Habe ich wieder nicht? Dann schaut doch nicht. Ja. Wenn man es schon ankündigt, dann hätte man... Ja. 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 Das sieht geil aus. Und zwar machen wir es folgendermaßen. Rick Grimes und Rony Ronster. Ihr passt so ziemlich gut. Dann wäre es cool, wenn Toretto, du, wenn du noch... Ich hab, wenn noch... Ja, ich seh, du bist da hinten. Gut, dann machen wir es einfach so, dass dann hinter Rick Grimes und Rony Ronster da wäre es cool, wenn dann bitte Klaus fahren würde. Und dann plötzlich mit Rons. Wolltest du Klaus? Chris hat den Channel betrieben. Die Kops, die wir im Konvog haben, die wählen sich mal kurz bei mir, bitte, ja? Ja, Toretto. Und da... Wohin? Kommt ihr kurz Startstreife 2, bitte? Warte mal auf Chris. Naja, wo soll ich rein? Wohin, ich bin ja alles an Jusserler. Wohin, ihr wohnst. Darkest Lord Young ist zu Zusabdienst. Streifen... Chris ist zu Zusabdienst. Streifendienst 2 gewechselt. Wohin, bitte hinter Klaus. Ja, ich geh wechseln. Oder hinter die Limousine. So. Chris hat den Channel betrieben. Äh, in paar Minuten. Also wir schauen uns, ob wir die Handkündigung gleich machen werden. Wir warten dann eh noch ein paar Minuten, ne? Ja. Also ich sage euch gleich Bescheid nochmal, ne? Ja, Chris, Chris. Ja. Hast du mich gleich schon überwiesen? Alter, ich hab jetzt besseres gekriegt. Der hat andere zu tun. Chris ist zu Zusabdienst. Streifendienst 2 gewechselt. Das ist keine Supportfrage. Das ist keine Supportfrage. Das ist keine Supportfrage. Nein, nein, nein. Und zwar, gut, dann machen wir. Dennis, du bist hinter dem... In der Limousine, ja. Ah, Manni, was ist denn? Was ist denn? WL4CKSDR34M-Ancelotti wurde in deinen Channel verschoben. Ja, dann fahr bitte ganz zum Schluss und sicher auch, dass keine Wahnsinnigen kommen. Okay. Wahnsinn. Dann machst du die Ankündigung? Weil das hätte ich wieder machen, sonst bereich ich wieder alles vor mir. Machst denn du da? Du hast dich schon mal gemacht. Du sollst zum Schluss fahren. Du kannst, du kannst bitte die Ankündigung machen, ja. So. Marco fährt Rescue Auto. Bex, mit der kann ich reden. Du fährst bitte hinter Marco und Ancelotti. Okay. Lass ja nicht. Nicht aus der Verboten, ne? Wo ist Marco und Ancelotti? Der fährt er gerade mit dem Bus. Aber warte. Ja, ist der mit dem Marco, Ancelotti? Ja, nein, ich schreibe ihn da an. Okay. Er kommt noch ein Bus, warum brauchen wir einen 2.1? Ja. Das ist, wenn man Klaus heute in 2.1 wäre noch... Okay, Toxi, kannst du bitte die Ankündigung machen? Ja. Ja. Gerne. Du brauchst uns. Machst du mal gerne. Das wird die Hochzeit. Oder es muss die Hochzeit machen. Du musst dann bei Marie, und nicht mit E. Maria, eigentlich Maria, und dann N, N, E. Ja, okay. Doppel E, ne? Ja. Genau. Alle. Dann haben wir den Stuhlstein zum Boot zu finden. Ja, egal. Der passt schon. Ich? Nein, nein, warte, 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 warte. Ich soll dann das Problem verfahren. Der Rest, der Rest, der Rest ist kein neues Platz. Äh, Chris, ich bin, äh, Chris ist gar nicht mehr hier. Äh. Komm gleich wieder. Da ist doch noch nur Platz. Ja, Chris, schreibe ich gerade an. Ich soll bitte hinter dem Filiz. Chris hat den Schatten getreten. Und dann hast du die Rechte da, wenn du auch schon. Äh, halb Chef mir gedacht. Doch, ich soll schon mal. Ja, aber womit hast du sonst gewonnen? Ich hätte jetzt noch, äh, einen Filiz. Ich hätte jetzt noch, äh, einen Filiz. Und dann gestellt. Okay, danach kommt der. Den ist einfach hinter die Demosine. Der muss Marc wird. Und, äh, Marc wird. Und wir sind zurück. Ja. Ähm, machen wir ja mal. Okay. So. Alle Privatautos bitte weg von der Limo, beziehungsweise Bussen. Okay. Sehr gut. Genau, genau, genau. Dann auch. Okay, äh. Also Dennis, kann ich dann erst wie Lukas noch hin? Ja, na. Also R-S-L-B kommt als B-I-A-K. Ja. Genau, ja, der kommt hier hin. Es ist zu, zu Start. Ja. Streiten Dienst zwei gewechselt. Äh, alles Gründer zu. Und gern. Irgendwie. Wir haben einen nicht gesammelt über IKMUR oder sonst. Irgendwas. Ah, da haben wir nicht den. Guck mal, ich hab da. Sehr gut. Der ist dran gesammelt. Und noch äh, N. Wer hat denn das? Den Frikerat auf Laut zwei wurde in deinen Schänden verschoben. 2N nicht mit 2E. Ah, ich hab das abgefragt. Wie ist das? Egal, ist jetzt auch egal. Ähm, das ist, wie geht das? Ähm. Ja, ja, das dauert den Tab. Oh, 2x8x3 ist geil, ist das geil, wir haben alle Warnblinker eingemacht hinter uns. Müssen wir hinten in die Autos gucken. Wir haben alle Warnblinker. Oh, jawohl, sehr schön und es beginnt wieder. Vielleicht macht fest Fotos. Ja, schon mal ein paar Fotos, ja. Ich bin gerade außerhalb von Luft und und jetzt aber. Ah, ich klinge die Kamera ab. Du kannst doch zuerst einmal raus aus, dann an den Sonnen, dann gehts. Was? Ja, ja, ja. Oh, was ist das? Entschuldigung, ich flieh schon. So. Gut, wo sah ich jetzt? Äh, wo ist Ace Freak bitte schon wieder? Kann bitte mehr mit Ace Freak ansprechen, wer soll kommen? Ja, das Brauzeuge. Nein. Alter. Ja. 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 Ach so, da habt ihr mich, äh. Hab ich den Check geschrieben? Mal gesagt. Ja. Chris hat den Channel betreten. Das ist sehr gut. Ach, RLP wurde in deinen Channel verschoben. Dach ist Lord Yacht, PSY-Korex wurde in deinen Strickreis wurde in deinen Channel. Johnny Ronstar wurde in deinen Zweaks wurde in deinen Channel verschoben. Toetto wurde in deinen Channel verschoben. Ach so. Hallo, Schatzis. Kannst du bitte Ace Recau noch rufen, weil der Wahnsinn gelegt ist ja noch. Oh, den mach runter. Ach, schau nach vorne, ich vergangs den... Ja, schreib ihn mal im Handel, du, der... ...weil noch mal im 3x-Wall im Gespräch, dann hol ich ihn jetzt so gerne raus. Ach so, okay gut. Ja, ist immer noch nicht da. Ich glaub, wirst du was für Marco noch oder? Welcher Marco? Marco, ich glaube nicht. Ach, ach so, ich weiß denn. Keine Ahnung. Wo ist meine eigene Sonne? Ach so, wo ist die lá, das stimmt vor? Frag mal bitte da vorne es sind vor. Ach so, wo ist die die auch noch nicht hin. Ach, scheiße, ne nicht rein. Frag mal stay ein Stück weiter da vorne, bitte. Also, den Brix, den kann ich sagen. Ja gut. Ach so, wo? Hinten? Hinten wie du bist. Als du bin noch mal laut davon hinten. Alter, what the f**k. Ach so, Asch so, du komm mal mit vorne... Du bist ja auch close mit dem... Was für den Limen braucht hier jetzt? Wer fährt mir denn die ganze Welt? Fährst bitte hier neben One Du bist du der Dingens? Ach schau, das ist zu viel Ich weiß nicht, ich weiß nicht AC3 Freak hat den Channel betrieben Johannes, du bist Trauerzeuge, wo bist? Die haben doch gesehen, die kamen, die kamen für Frauerskin, ey Das ist der scheitzige Alte, die ist halt einfach so im Sweetkin Ist nicht wurscht? Ich habe doch gesagt, dass ich brauche einen Frauerskin Ich habe doch gesagt, dass ich brauche einen Frauerskin Soll ich mich teleportieren, Chris? Ja klar, das war Alles klar Oh, Chris, das ist über den Chatpark Gibt's ein Prank? Ach so, der Georg will nicht weg Oh jawohl, jetzt spricht der so ein Mensch reingeh Oh, ich sehe gar nicht, da hätten wir eins nicht lang ergangen, ne? Hannes, Hannes, bitte da reinsteigen Du bist Trauerzeuge von der Marianne In dem Bus oder was? Alter, Lorenzo, ganz sicher nicht, nein In dem Bus oder was? Nein, in Limo Minga Torzin hat den Channel betrieben Von Limo, Digga Doch, ja, dann geht der Fahrstuhl auf, Digga Oh, Digga Das gelbe Ding Ja, das gelbe Ding, wir sagen, doch Jetzt gehst du kurz einen Meter nach rechts Du stehst im Müll Okay Alles gut Ach so, ich fahre jetzt einfach mal mit dir mit Hm? Wo hat die jetzt denn los? Nein Nein, 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 nein Gut Hier steht da mit jetzt ganz perfekten Ich schimm das doch mit der Branche Alter Gut, jetzt in dem Fall Foxy Ja, ich werde sie übernehmen, danke So Wie viel Limit war man eigentlich das? Ich würde sagen, 80er oder? Also permanent oder? Sanya, so ist das okay Ne nach hinten bitte aber ich soll doch hier fahren ja was macht hier hast du angekündigt ich habe jetzt nicht bekommen ja gut sehr gut sind alle bereit dann fahren wir los ja auch auf der autobahn mann alter jetzt weg oder das fahrzeug von dem löschen ok die zwei motoren wir dürfen losfahren jetzt ist es da guck dir mal die schlange haben wir links oder rechts ich weiß gar nicht ok ganz kurz mal kicken und bitte langsamer das alle wieder aufhören können ich bin ja trotzdem ist es zu sich was der start gewechselt ihr könnt was ist das für ein vollidiot man hallo es ist es er hat sich da ja ich sehe schon Chef 532 ist zu Zuzan Yu. Vor den Studios gewechselt. Chef 532 ist zu Zuzan Yu. Vor den Studios gewechselt. Du kannst im Prinzip ein bisschen mehr mittig fahren, also immer zwischen den beiden, ne? Ja, mach ich. Okay. Die sind so zu, wir facken richtig auf. Chef 532 hat den Channel getreten. Was geht so los, man? Der ist immer gleich so pießt wegen alles und jedem, hey. Wenn er mit dir reden muss, dann verstehe ich. Kann ich irgendwo vielleicht mal ein bisschen aufholen? Nimm es da auf 80 und ihr seid irgendwie langsamer. Ja, ich muss die ganze Zeit über 100. Ich muss auch nimm es auf 80, aber über Julio Aschei fehlen irgendwie. Ey, was macht denn Z denn? Das machen wir einfach so, dass wir uns eine Faktion ausstellen und durch die Zoll war. Okay. Ich glaube, dass ihr bei den Formation kommt, oder? Ja, Formation. Erstmal bleiben die da, lange stehen. So, lass noch mal vorab, die kommt wieder ab. Ey, schau verdammt uns. Ach so, die kommt nicht durch den Zoll, oder? Wie schön. Jetzt sollen wir mal die Schuhe packen. Ey, packen, 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 packen. Genau, kommt der. Boah, das war knapplexig. Alter. Sorry. Alter. Alter. Mein Auto ist schon kaputt, weil die Leute einfach mitten und stehen geblieben sind. Weil es sind gerade geschnitten. Jetzt ein paar Füsse. Ja. Was macht dieser Z-Tal? So. Ich weiß nicht. Wer hat den immer schon da gemacht? Ich geb die gleich auch mal West-Gitim. Ja. 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 Da intuitive. Ja. Oderalerweise fare marschiert wahr? Ja, ja. Ja. пожrecielle. Ja. 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 nh mm hmm. Genau. Danke schön. Wo ist das Team? Ah, in der Base-Seite gibt es ein Aussichtsplatz. Ach so. Aber Chris, kommen wir überhaupt hin über die Schafe? Ja, ja. Wir müssen noch frühzeitig aufstehen. Ja, ja. Hey, ist es ruhig? Mhm. Kann man nachher wieder mit der Hand fliegen? Kann man wohl gerne machen. Hey, ist das ein oder? Was ist das? Was ist das? Ich bin, hab was versehen. Außen gestiegen. Hey, wo ist dein größter Name? Ich muss gerne. Hey? Wo ist das? Das war im Dark ist, ne? Das ist sowas. Ah, der ist im Krono-Rimo. Er hat 400 Calvary bekommen, da ist. David, David Bildschirm. Ja, okay. Die Limo ist ein bisschen hinterher. Die Limo ist ein bisschen hinterher. Ja, der Fahrer ist. Ah, der Backe. Wer ist der Exo King und den Hawk? Seid ihr im Channel? Nein. Und die fahren einfach ganz lahm. Ja, Exo King. Geht immer lang ist Exo. Ja, wir müssen gleich irgendwo abfahren, ne? Ja, wir müssen nebenbei draussen. Nachher haben wir nach dem Haus abfliegen. Ja. Einfach seit diesem Dinner. Da kommt so ein Gebäude auf der nebten Seite. Hast du den roten Wagen? Wir müssen immer dem Wasser voll. Immer der Straße ganz links. Blackstone. Ja, oder wer halt hier heute schaffen soll. Freue ich mich besser. Also ich kenne die Strecke nach Basel. Die kenne jeder. Hm. Naja. Wollte mal, ne? Okay. Jetzt wo man das Land hat, auch geht's die ganze Zeit raus. Also wir müssen jetzt bei der nächsten Abbiegung rechts raus. Und danach freuen wir, wenn wir auf der Straße weiterfahren, jetzt dahin kommen wo wir wollen. Ja. Wir müssen jetzt rechts. Und so. Ja. Ich brenn's jetzt. Wuh! 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 Ja. 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 Genau. Perfekt. Oh fuck. Heute seid ihr klasse. Das sieht echt übel aus. Also ganz nice. Ich weiß nicht. Nein. Nein. Ich schwör auf mich zu ähm. Klüter. Achtung, 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 Achtung. So richtig. Alter. Der rote Malch ist nicht mehr. Der O hat schon in die Kau gekommen. Muss ich als Trauerzeuge irgendwas machen oder kann ich die Kitz beantworten? Du kannst schön nach FHB stehen die Kitz beantworten. Das? Ich kann ihn auch einfach. Ja, ja. Kein, das ist nicht da oben? Ja, das ist da oben. Das ist jetzt gleich hier da unten da. Der geradeaus. Der geradeaus. Der geradeaus. Der geradeaus. bartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart Jetzt seh ich ein paar Schleppchen. Alter, der ist aber... Was? Ja, da kommen noch einige Wochen. Also Klaus und Marian haben einiges geplant. Oh, jetzt sind 2.704. Ja, wir sind gewehrt. Ja, wir sind gewehrt. Ja, wir sind gewehrt. Aber du müsstest alle noch notieren, oder? Blackstone? Kannst du dein Auto für meinen Partner hier am Klippe? Ja, wir sind auch hier noch da. Obwohl wir überhaupt keine Waffen haben, sag ich doch auf 6. Äh, was habt ihr denn vor Waffen dabei? Ich hab schon ganzer Unterfall. Ich möchte ein Stück weiter nach links machen. Ja, aber wieder noch mal. Ja, wir gehen nur noch. Hier geht's. Taifung Chishir hat den Channel und Server verlangt. Wir müssen wieder sehen. Oh, cool. Was macht das hier ein? Er ist gut. Ja, die kommen schon nach vorne. Wo nennt sie da wo du bist, oder wo? Äh, genau. Und vielleicht auch die andere Seite. Das wird ja noch gut aussehen. Ja, das ist so parallel. Oh, geil. Wie die Leute, die definiert sind gar nicht. Aber nur bei der Hauszeit. Ja, wäre egal. Ich hab ja mal langsam. Ich hab ja mal die Events. Wie kommt der denn hier in den Zander 3? Ja, keine Ahnung. Wo kommt einer von euch noch hier? Ja, einer muss noch drüber. Ja, einer muss noch drüber. Ja, wir haben auch eine Gleichzeit hier. Alle Leute linken. Ja. Ja. Wer von euch hat keiner? Keiner? Ich. Ja. Wo ist Engel? Wo ist Engel? Wo ist Engel? Wie soll niemand alle Arme verschwinken? Weil das sieht dann richtig ja los. Kommt hoch. Ihr seid geteiligt. Sprich du bitte auf die Seite der Variante. Und Engel wirdst du bitte zu Klaus? Gut. Gut. Sori, du sagst, es ist der Absch. Ah. Der rennt dann. Der rennt dann wieder hoch. Du hast wenigstens. Ähm. Wer hat noch keine? Ich. 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 Ja. Hat nicht mehr. nes segunda. Million ist alles gut. Ja. Ja. Wenn du mal gucken. Allt? Ich. Gut. Das ist der Herr. Schimmel-Unterstrich-Fanzer-Notice für den Stand begriffen. Oh, okay, dann machen wir mal eine Angelegenheit. Oh, oder? Äh, einfach... Äh, okay. Blackstone, ist der hier? Äh, ja. Hast du eine? Nein, aber ich habe eine hier. Ja, nein, oder mit den... Erstmal eine Bibi-Pette. Nein, oder? Warte, 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 warte. Was? Warte, warte, warte. Ja, das ist kein Problem. So ein Jetpack wäre geil für die Aufnahme. Ja. Oh, ja, Alter. Ja? Oh, ich will Jetpack. Wir haben Fotografiert, ja. Facks, Facks, oder mag ich sehen? Wenn man so einen Bibi-Pette entdecken soll, dann muss das nicht. Ja, das ist gut. Keine Lacken, du hast doch schon eine Nische. Küsst, ich werde gerne weiter. So, rechte Pass, please, machen. Jetzt wollen wir alle Bilder machen. Nein, ich nehme mir was auf, wenn er das früher noch nicht irgendwie... Nein, nein, ich nehme mir was am Anfang auf. Ich glaube, ich auch. Mann, warum nicht? Ja, ich glaube nicht. Oh Gott, das kann man gar nicht mehr. Ja, genau. Ey, was ist... Du kannst noch Slash... Ja, mit dem Slash... Ach, mein Jetpack ist weg, Leute. Ellen, weg? Äh, was ist das denn? Ach, das ist ein Schamzeichen. Boretto! 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 Also grüß, das Jetpack ist weggegangen. Äh... Ich glaube, wir können auch mal runterfahren. Es muss noch rein sein, ja? Wir dürfen ins Wasser. Wann? Bin ich bloß? Ja, ich bin doch nur am Bestehen von mir. Ich glaube, das ist ein Sportpanzer. Woho! Du musst durch den Sender! Ich weiß ja, beim Gebiet, der ist ein bisschen falsch. Weil er ist jetzt... Zwei Kilometer sind gerade hoch. Ich mach mal blöder hier jetzt von Osterloch. Wenn man keine Kamera ja leider nicht benutzt, zum Beispiel die Ego-Skins machen. Mach dann am besten... Schau und Chat... 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 Hm... Schau und Chat geht nicht schwer. Doch. Schau und Chat... Schau und Chat... Schau und Chat... Schau und Chat... Dann musst du das ... Einstellungen, ja... Schau und Chat... Schau und Chat... Halt weiter... Wann muss die Musik führen... Wo kann ich das ausstellen? Der 2,3,1,1. Der 2,3,1,2,3,1. Nein, ich meine die die Falle geht nicht weg oder das Radar kann es nicht weg und das Exo hat oben rechts nicht, ne? Doch, das Exo hat geht auch weg. Das geht nicht weg. Doch, ich gehe raus. Aber jetzt kann man jetzt noch der Jetpack knüppeln. Wenn ich T drücke ist der Jetpack das ist schon mehr weg. Was ist denn eine Animation? Achso, ich habe ein Bein in meinem MT. Wie ist das auch? Ja, das kann es nicht geben. Ich habe eine Sprecherin mit zwei Beinen. Ja. Boah, das sieht so geil aus wie das mit zivilisten aussehen. Ja, ey. Es ist geil wie die so zivilisiert dastehen. Es ist wirklich richtig geil. Ich habe hier einen mit einem die Lacken aber konnte jemand alle Waffen abnehmen. Wer, wer, wer bist du? Ja, kann ja einer die Waffen mal abwarten. Ja, 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 ja. Halt nicht direkt, wie kommt die Fuchs. Ja, der kam auch mal. Was ist das? So, so. Danke sehr. Danke sehr. Danke schön. Hallo, Forsythe. Das macht leider nicht ein anderes Mal. Eigentlich muss ich ja nie wie hier stehen. Ja, weil die Leute das sind. Oh, Forsythe. Kannst du deine Böger rechts zu machen? Das kann eigentlich am besten nicht stehen. Ah, ich folge bitte einen Reporter, der nachher klaut. So, Marianne bleibt Scharkop top. Der ist sehr gut. Der, der, der bitte hinter mich. Der, 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 der bitte hinter mich. Der macht das alle ein bisschen. Der, der, der macht das dann gerade mit dem Wasser, alter. Der, 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 der macht das dann gerade mit dem Wasser, alter. Der, der, der muss noch was rein. Der, der, der muss noch was rein. Der, 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 der schlugt Pippi. Geht hier doch ganz schnell. Nein, guck mal. Nein, guck mal. Das war aus. Boah, das sollte man auch aufhören. Ah, okay, also. Ich will Blackjack, Pizza, viel Spannung, Multigaming. Was ist denn mit uns? Was ist denn mit uns? Sollen wir weg oder was? Ja, was ist denn mit uns? Wer denn? Der mit Blackjack und so. Nein, nein, nein. Ja, was ist denn? Sag doch mit uns. Nix. Wo ist Blackjack jetzt denn? Blackjack stream. Oh Gott, nein. Na ja. Guck mal schön. Es ist wie eine Westgeburke. Oh, ach so. Ja, kann ich noch. Warte. Äh, können wir noch ganz schnell mal ein Jackpack oder so geben? Aua. Ach, das war schlecht. Nein, nein. Ich bin auf meinem Bruder hier gerade. Ach so. Komm mal. Warte. Ja, alle haben hier noch ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja. Bleib, 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 bleib. Ja, ja, ja. Mega-Tour-Zinger hat der Enchant betreten. Ähm, bitte. Ja, ich kann nicht. Na ja, ich bin nur auf dem Team hier. Ja, ja, genau. Bitte den Klaus, wenn ich sage, jetzt gleich schalten. Er könnte zum Adventure. Den Jet wird gerade wieder gehen, weil ich habe eine Kamera-Animation, die Hand wacke und er kann keine von den Linken. Ja, weil dann könnte ich heute Bilder machen und die Animation wacke ich gerade. Ich habe diese Klär-Taste. Hey, soll ich den Geschwitzhörer wegnehmen? Okay, den Klaus, bitte live. Fug, ich kann ihn jetzt nicht wegnehmen. Mach einfach einmal den Zoom weg, sonst mach ich weg. Ja, erklärt, erklärt. Aber bei mir auch, hätte ich noch ein Ziel gewonnen. Okay, ich habe ihn wieder auf. Ich habe ihn noch nie gemacht. Ja, das ist... Sehr, 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 sehr gut. So, jetzt haben wir wieder und wieder gehen. Ja, würde ich den anderen Map-Rick auch noch rausholen? Das ist seiner. Ja, und? Ist das gerade mal ein Slyfer? Ja, den hat er doch bezahlt. Oah, jetzt ist die Multikind. Ich bin Slyfer... Ja, Luca. Nein, der hat den noch bezahlt. Yes, Liz, ich muss Bilder machen. Ja, warte, ich kann vielleicht auch noch eine Kольpe machen. Ja, jetzt ist Slyfer oder das ist ja, dass wir jetzt natürlich machen. Ich war für Scheiß aus, dass ich jetzt hier ersorgen kann. Ja, genau ein Tag startet jetzt nicht aus. Jetzt sieht er schon besser, aber jetzt vielleicht will er machen. Warte, warte, warte jetzt. Okay, jetzt haben wir jemanden bereit? Ja, ja. Gehen wir zu Ascha hin? Hey, jetzt sind da ja fünf wieder. Ja, aber meine Zeit hat auch keine Stabilität. Okay, Marjane live? Ja, ist alles live. Ich hab nur Zeit ein bisschen geiler. Das wäre jetzt so geil, wenn man seinen sagt. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab nur Zeit eine schießen. Ja. Ja, leider auch. Jetzt möchte ich so wieder die Flotte mitnehmen. Ja. Alles raus. Hallo. Alles größe. Ja, hoffe ich, jetzt. Warte, dann willst du eine Luft schießen? Ja, ja. Ah, komm doch! Ich schießt das für mich. Ich glaube, es ist eine Handanimation von dem Korb. Das sind die Lieblingskopf. Das lässt du auf alles. Oh, klar, klar. Hier läuft die ganze Zeit schon einfach rum und herum. Dabei musst du dann das hier machen. Weißt du, welche Seite ich mein? Warum müssen wir das hier machen? Ja, das wäre voll geil. Wo bist du? Mitten oben, wo die Leute sind. Da kommt ein Heli. Ups. A, A, X, R, A, ja. I have no O. Oh. Chris, bist du auch nicht ganz überblieben? Ja, ja. Okay. No, no, no. Der ist nicht von Panzer. Der ist von Panzer. Der ist von Panzer weg. Ja, ja. Wisst ihr, wie viele... Äh... Ja. Du hast was, äh... Ja, mir egal. Oh, 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 oh. Sie sind doch nicht verheiratet. Ich bin gerade eine halbe Minute und Minute nur dran gewesen, in der scheißblöde Stadt, äh... Satz zu bieten. Aber es wird in irgendeinem Vertrag. Hey, kann man... Eine Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln Ich bin gerade aus dem Festival, bei der Corona-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln. Ich kann jetzt ganz nochmal mal mit nelj mitnähen. Ich kann nicht mit nelj mitnähen. Ich kann nicht mitnähen. Der ist mit dem Fest. Das klingt viel besser als die 3-4-4-4-3-2-4-4-3-2-3-3. Oh, ich treff vielleicht immer. Oh ja! Oh, ich treffe mich drauf! Ich wollte eigentlich schon wie es ist wie es ist. Oh, keine Musik mehr. Wie hältst du, wie hältst du, wie hältst du? Reicht, 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 reicht! Ach, Abgang... ...und hier ist so 616 er gewechselt. Vielleicht hast du einen letzten Schatz für so einen Diggi. Die erste Schlechtes wechseln vom Wülmes. Hier ist so alle schließen die Luft, hier sieht man, sieht die Lünder so weiter bei. Ey, ihr habt ein Nieler vom Flügel, wo sollen das? Nein, ich hab's doch nicht ganz... Ich hoffe, er hat eine Meldung auch gezeigt. Jetzt hat sich ein bisschen Abfangen hier an den Star Wars mit. Das ist schön. Das ist so, okay. Wir laden zuerst rein, laden zuerst rein. Ja, das geht ja für am besten Donuts. Ja, ja, ja. Ey, Mann, ich bin jetzt immer krass auf dich. Ich hab zweimal eingereben und zwar richtig, okay? Trotzdem mal, wir können hier uns hier so porken. Warte, warte. Ist es raus? Ist es raus? Ja, 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 ja. Okay. Du hast mich nicht mal angeschrieben, warum ich lieben sollten sollte? Also, so cool. Dann wird er noch hier, ja? Ey, Chris. Dieser bewegt dich. Ich kann nicht. Ah, jetzt auch. Füße, Arscher! Ich bin wieder im Abfangen, 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 Abfangen. Ja, du musst rausgehen, ich muss den Abfangen raus. Chris? W-W-W-W... Für ihn denn. Raus? Raußen? Okay. Okay. Danke, Mr. Skripta. Blein, blein. Hä? Ich bin wieder! Ich war Margot, aber ich hatte einen Wasserschiebark, Mann. Hä? Warte. Kann man nicht. Nein? Das kannst du mir wieder wegnehmen. Das muss man. Also wieder liegt der gleiche Struktur. Genau die gleiche Struktur. Das ist nicht die Frage, wo ist das Polizei und wenn ihr mitgekauft habt? Das ist die Geschichte hier. Hey! 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 Seht doch, hör auf! Kann ich? Wie Wochenend, die nehmen und dann noch Klasse nach. Versteht's? Wir müssen doch kurz den Jetpack weg. Wer? Wer? Na, wir haben den Dritten gestiegen. Okay, das war das falsche. Hey! Hey! Ach, hör auf! Das stimmt. Das stimmt. Dankeschön. Der ist Dennis Ancelotti. Schellow, hinter Strich, haben wir hier noch den Strich. Das ist die Strecke. Oh, das war heute wieder so nervig. Emo, was hat mir Odo? Odo hier? Alter! Ah, hier haben wir vier Jahre auf, Morgang. Wir haben hier im Nationalstokale gemacht. Ich hab's mit dem DFW gemacht. Wir werden Stürmen auf Kicken. Ich hab's mit dem DFW gemacht. Die welcher Rất ja ran. Ich hab's gemacht! Scho machen Chef! Ähm, Chef. Ich hab's mit dem DFW gemacht. Ich eh... Ich hab's mit dem DFW gemacht. Wenn man sich auch rein auf meinen auf den Fladenbläckstuhl. Beste Exemplen, okay. So, warte, 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 warte. Ja, ja. Ja, ja. Können wir uns gleich nochmal so aufstellen? Also, das ist nochmal du und Klaus Moriano und den Brunz-Ace. Erstmal nochmal auf die Stempfebäne. Weil es sind ganze User wieder runter zur Waffe und eben von ganzen Retro. Ah, das können wir ja sagen, das können wir nochmal machen. Ja, wir können das auch danach. Ja, klar. Ja, klar. Genau, okay. Gleicher, 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 gleicher. Kann man... Gleicher, gleicher. Ist der beim Sonnabschluss? Nein, der beim Staudamm. Da kommt seine Reine Kölzer vom Staudamm. Sollen wir los haben? Nein. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Okay, dann. Ich hab ein Problem. Ich hab C anbeiden. Ich hab C anbeiden. Wir machen F8. Ja, ja. Zwei. 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 Am besten alle Motorräder hineinpacken. Was gibt es hier? Geiler Ausbruch. Guck mal, da kommt sogar Feuer raus. Das kann nicht drunter eigentlich. Okay, wir werden jetzt erst zwei Minuten hier bleiben und danach werden wir weiterfahren. Das nächste Ziel wird dann die Gokka fahren sein. Ähm, Chef? Chef, kann ich vielleicht in die Kamera gehen, weil ich wollte ja entwacht. Ich bin Markus Brink. Kann jemand den Wechsel in die Kamera setten? Das ist auch in der Meinung. Warte, ich geh da auch. Ja, kann jemand den Wechsel in die Kamera setten? Von den Admins, Robert vielleicht, du? Oh mein Gott. Seid mich raus, Flex zu ihm. Ja, ich hab keine Kamera zu mir. Aber ich geh gerade her, komm, mach ich wirklich gut rein. Das ist gemütlich. Ist super. Ah, der soll weg da. Ja, 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 der soll weg da. Nein, nein, nein. Das, 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 das baut, äh, wo sind die Trauzeuge, die sollen bitte noch hinsetzen? Du, du, du. Wie schreibt der Klasse? was nimmst du mein Hinsengl? Wiss der da, da ichs jetzt. Ich hab, ich hab einen Postbox. Danke. Ok, Ace Freak und Angry Birds, bitte setz euch da zum Baufahren. Ja. dann könnte er einmal die 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 au die der sich an dieser sa den in Sehr gut, passt perfekt, gut, in dem, ja, die Hälfte steht ja noch raus. Ja, ist ja, ist ja so. Ja, aber jetzt sagen wir, wir steht ja noch hier zu drosten. Dann ist das gut, damit wir schon wieder hinterher. Komm, wir kommen hier wieder zurück, damit kann man das Fahrzeug. Nein, nein, deswegen soll ich zu ihr hinterher. Danke, Black. Meine Auflage geht hier schon, schiebt sich viel über den Weg. Oh ja, tatsächlich. Also gehen jetzt besser, ja, Burger. Also wie das aussieht, man, das ist übelst geil, man. Was, wie kommen wir im Reihen? Hat gerade jemand Geld von der Schrift? Ja, was? Ja, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Wie heißt der Name? Dennis, Dennis Anselotti. Also ihr könnt auch für mich auf der Steppe. Ich stehe, Steppe. Ja, ja, ich komm zu mir. Alter. Doch, immer, ich weiß nicht, wer mit spricht. Von hier, Ronsten. Ja, wo sitzt du? Oh nein, nein, hier raus. Ich brauche, ich brauche. Tschüss, Chef. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche. Hä? 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 Ja, nein. Ja, nein. Ja, wir befahren jetzt doch ein paar. Alle sind jetzt voll fest. Echt? Oh, ich weiß, das ist ein Rastelfon. Ja, ich weiß. Oder wir könnten alle, alle haben sich laut seinem Fahrzeug in die Elbe schütteln. Das war Guckert-Fahren gehen alle. Was? Äh, mal haben wir hier, Alter. Das gefällt euch. Och, was macht denn der Spaß? Wie kann ich denn einer kurz mit dem Faze-Hate kommen? Nein, nein, nein. Wo ist denn der Black-Stream? Äh, den Rock in the Real. Wie kann ich mich nicht so mit dem Leben kaufen? Ja, wo ist die denn? Alter, du hast mich gerade noch gefragt, wie ihr... Ich bin seit... 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 Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich hab einen Handy-Bug. Aber da kommen jetzt doch noch Leute, oder? Die reiten sich doch gerade rückwärts auf. Guck doch mal. Lässt du denn jetzt hin? Oh Gott, krass. Ich mach den nicht dazu ein rein. Tadah! So. Ich muss dann kurz offline-sateln, wo die Erkennung befängt. Ja, kann man... Können wir irgendwie ausrufen, die gerade keine Gang-Wars gestartet werden dürfen? Kann man das machen? Krieg! Hast du mein Auto in Fern? Ich hab auch noch ein bisschen mehr nach links. Kühlschrank. 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 Ja, das ist ganz klar. Puh, Puh, Puh. Kühlschrank. Ja. Was kannst du kurz sagen? Ich bin mit der Linksfahrung. Also ich fahre von 9, 70 und wie schnell, wie schneller als ich? Ich wollte das in der Welt machen. Irgendwie. Yo, Megatalk. Das ist der Wahnsinniger. Rick. Der vergeht. Der zweite nach rechts. Und rein, okay. Megatalk. Der zweite, der ist einfach am besten. Wie bitte? Weiterfahren, weiterfahren. Sorry, Black. Das ist gut. Das war echt dann der Linksfett, ne? Warte mal, wie lange waren wir vorne? Das muss man auch suchen machen. Ich dachte, wir waren ja. Wir waren geboren. Ja, das ist echt. Ich war 63. 180. Bei 81. Da waren wir ein bisschen mehr grad. Alter Falter. Ich finde das immer so geil. Die 5. Diese Woche. Und die Leute sind immer noch so geil drauf. Das ist echt Wahnsinn. Das ist Klaus, Alter. Ja, bei Klaus natürlich auch so. Bei Klaus bin ich. Ja. Ähm. Ja. Ja. Warum legt das denn gerade so? Hä? Ja bitte. Hier. Mit Jessica hat ja nicht. Wegen. Ja. 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 Bei mir. Danke. Ja. In der Mitte drunter, er hat jetzt wieder überhaupt hier oben und ein Christian. Ja. 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 Das war, das war ein bisschen. Ja. Ist geil, ist geil, Mann. und dann links ja 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 und die 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 Danke. Wir sollten leider gleich waren. Digga, wer bleibt? Komm bis zu mir, komm bis zu mir und halt gleich. Sehenbleck, ne? 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 Geh, 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 geh. Können wir so normal fahren? Ja, wir können so normal fahren. Ja, ich, äh, ich. Ich, ich nicht. Bis rechts. Es ist, es ist, es ist, es ist rechts. Ey, ey. Es ist rechts, es ist rechts, es ist rechts. Das ist rechts. Ja, die ist rechts. Das ist rechts. Dann rechts. Der nächste Freak. Der nächste Freak. Mit Convoi. Ehhh. Oh ja. Holla, Holla, you Freak. Ich hab schon mal einen Glamour hier. Der Glamour hier hat einen Glamour. Glamour hier hat einen Glamour. Wo ist die Glamour? Das grüne Feld in den Lügen. Ehhh. Acht da. Acht. 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 Ich Acht. Wie viel Runden? 50. Okay, komm. Oh nein, das ist nur die kleine Runde. Oh Gott. Grüß Gott. Was? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Ah. Hm. Chris, kannst du mir doch mal ein Jetpack geben, dann film ich nicht von oben. Wie viele Runden fahren wir jetzt? Ich mach 50. Wer? Dennis? Kann jemand diese Toppack löschen, bitte? Also, wie viele Runden fahren wir jetzt? Ja, wie sieht die Idee, den Helfer überlassen? Helfer, mach ich denn gerade? Aua, aua! Aber wollen wir nicht irgendwie andere so sammeln und dann fahren wir eine Jetpack? Das wäre eigentlich der Plan. Nee, ist sogar kein Plan. Also, geht doch mal nicht bei, dass die was geht. Also, können wir noch vorstellen. Der Mess ist das auch echt krass. Das habe ich mir gerade vorgedacht. Und jetzt würde ich sagen, hoffentlich, die sind da so nett drin. Wie viele Leute, die Leute da sparen oder eins? Kann ich sparen? Kann ich mal draufklicken? Kann ich nicht mal drin stehen? Einfach mal draufklicken? Nur wo Einfach mal nach eine Blockade. Kann ich schnell in deniann oder so stehen. Mö. das ist ein lustiger doch mal ich hab ein Motorrad wer ist mich? jawohl, sehr gut, die Leute gehen da in die Reihe, so passt die Sachen schon besser ich hab ein Geld und ein Problem, aber wir wollen gar nicht fahren, weil sonst ist es das ist doch einer, das ich doch einfach stehen will das ist schick das ist ganz nett wie viel Fahrt machen wir denn? egal, egal was ist mit dem Zauber los? das wird schon wieder das wird schon wieder das wird schon wieder das wird schon wieder scheiße, meine Bestzeit das passt den Weg hey, wo sind denn hier die Autos? das ist ja nichts du hast ja nichts drin du hast ja nichts du hast ja nichts ich hab, ich hab fast ein TT jungen, wo ist mein Auto? deswegen, wir müssen auch noch mal den Jet weg gehen, aber ich hab noch mal ein paar Fotos Boah, du wärst nicht so bei der Kirche, ich schreibe was. Doxy, kannst du mir einen Karten spawnen? Ich hab Geld ausgegeben, aber jetzt bin ich hier gespawnt ohne Karten. Ich auch. Ja, das ist aber nett. Was wird, glaube ich, genau so eine neue Map oder wie? Big Blackjack und so halt so. Yo, den ist auch Hoseaien, ist auch ohne Karten gespawnt. Ja, das ist auch nicht so. 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 Wir geben uns Hoseaien. Irgendwann sollte ich jetzt bekommen. Jo, jetzt muss ich jetzt. Danke schön, bitte. Oh, direkt. Kann ich mir eine Big Blackjack geben? Was ist das für eine Bestzeit? Also ehrlich gesagt, ich hab noch die Bestzeit. Das ist die Bestzeit mit des zweiten Back. Boah, ich bin mal. Ja, ich bin mal. Ja, ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Hey, stell dich gerade mal in der Reihe auf. Wir werden mal ein Bild machen. Chef, Chef? Wer war eben die laufende Bank? Wer war hier? Ja, wo jetzt, glaub ich, ich ist die laufende Bank. Ja, eben meinte einer. Der ist die laufende Bank heute. 12.000 und der war dabei. Ja, Ronny, ja Ronny. Ronny, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du nur 100 Dollar leihen? Wer bist du? Hier. Ja, hier. Kannst du ein klein wenig weiter zurück? Ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Schöne. 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 Danke. Hey, hey. Eine Festzeit auf dieser Map ist. Null von meinem Lüge. Oh, oh. Keine Huss. Da geht's ja weg. Da geht's ja weg. Da geht's ja weg. Da geht's ja weg. Hey, hey. Ich mach nur einen Kopf. Der Schöne ist auch noch aus dem Bild. Ja, ja. Entschuldigung. Kannst du mir eben schnell einen Platz bauen? Ja, dich auch schon. Nein, nein, nein. Ich hab jetzt noch einen anderen. Ich kann jetzt noch mehr einsteigen. Hast du einen in der Firma oder so? Jo, jo. Warte ganz kurz, Toxi. Boah, ich hab ihn recht. Leck, leck, leck. Leck, leck, leck. Leck, 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 leck. Oh, Alter, es waren alle Burnouts. Ja, das war ein... Ja, das war ein... Bleib ihr leck. Okay. Okay. Deck, zu rechts, oder ganz hinten. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Okay, leck, ich mach einen Counter run. Hast du, wir reparieren? Der Schiff steht nicht im Ding. Ich kann nicht einsteigen, das ist der Bug. Ja, ja. Deswegen, deswegen wollten wir fragen, ob er auch... Kann er mit DOS schreiben? Oh nein, nevermind, ich mach dir. Ich hab die Falsche los. Nein! Nein! Geil, 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 Geil. Hä? Er hat uns da die Kurve geschickt. Geil, Geil, Geil. Geil, Geil, Geil. Geil, Geil, Geil. Geil, 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 Geil. Kann ich hier die Kurve nicht fahren? Nein, das ist nur da. Kann man hier auch mit dem fahren? Ich will Nitro. Ja, kann ich mit dem fahren. Ja, ich stehe auf dem Auto. Ich stehe auf dem Auto. Ich stehe auf dem Auto. Nein. Nein, nein. Welcher wieder ist gerade nicht am Fahren? Ich stehe auf dem Auto. Ich stehe auf dem Auto. Angry, Angry, Angry. Was soll ich verzeichen? Da hab ich den Drinko haben. Hör mal. Nein, nein, nein. Der Arm ist Laura, der wird richtig müh. Ich bin in der Traktion. Der will halt nicht mit dem Auto machen. Der will halt nicht mit dem Auto machen. Oh. Das war eine längere Person auf der gerade waren. Yo, da waren Menschen auf der Straße. Ich stehe auf dem Auto. 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 Klaus, der ist Klaus, der ist Klaus. Wer hat das spättern? Ja, klась. Der mit dem Auto h diy... Klaus dort兄child slippery. Klaus Damascher, offenbar... Just mang ja so anEO Nein der hat silence apply visiting data. Klaus Schiffmann mit dem Auto. Klix. Klaus Neง. Faktions-Test-Force-Stand, nein, geht schon. Leg-Stream. Oh, ich kann halt da hinsteigen. Ja, aber ich schätze auch nicht. Das ist aber leck. Ja, man kann nichts machen. Ja, man kann nichts mehr machen. Das ist halt hier richtig nackt. Jetzt kannst du. Ja, man leck immer noch. Das sind zehn Leute noch auf der Haubahn oder so circa. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Warte, warte. Man kann nichts mehr machen. Das ist immer so in der Marsch. Ja. Ja, ich hab... 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 Ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Nein, ich hab... Leck zusammen! Hey, dann! Klauscht ihr dafür immer wieder mit Flummen? Sie! Sie! Hey, Sie! Genau, wir nehmen dir! Ja komm, mach dich fertig! Ne, die nehm waren... Ja, die nehm waren ja alles weg! Schoen? Ja? Also, fahr mit zu... De Mariner. Im Schluss. Ich glaube ich habe am meisten bezahlt. Der Reconnect von dem Video. Wie oft rein? Ich bin ein paar Mal von meinem Scheiß. Ich bin ein paar Mal von dem Video. Ich kann mich mal aufsteigen. Ich auch nicht. Bei mir kommt ja? Wir stehen bei den Leuten aus Südsta. Chris, bitte schreiben wir auf Grund der Serververfolger. Bitte die Kabel lassen und dann kommen Sie zu Server Negativ rüber. Schreiben wir mal. Okay, gut. Ich kann mich wirklich ausschreiben! Das kann ich da wegnehmen, ne? Das kann ich da wegnehmen, ne? Das kann ich da wegnehmen, ne? Wir können alle nicht ausschleigen! Das leckt immer noch! Das leckt immer noch! Ab und raus! Nicht mehr lange! Nein! Mein Auto nimmt keinen Tank mehr an! Nein! 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 Oh! Oh! Ich bin wieder zurück! Nein! Oh Alter! Ich schwöre, der Cyberbiz das so hart war. Gewaltig, ne? Das ist wie das Gang... Warte! Ich glaub ja... Jetzt läuft bei mir nichts! Ich glaub das war's... Das war's, aber... Ich seh' nicht mal... Das war's mit Apple. Ja, das ist ein Lukas im Pumbo 11 oder so. Wie steig' ich denn aus? Wollen wir uns schon hier betreten? Ja. Ja. Den ganzen Server mal kicken. Hey, 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 hey. Ich wollte, ich wollte, weil ich zu weit kommen lassen. Ja, au, au. Welcher konnte das spielen? Nicke? Ja. Also, die Flüge von 100.000? Doll, doll, da ist jemand hier. Wer war das? Ich wollte dich auch kranken, wenn man da ist. Ja, ich hab... Aber... Nein, nein. Nein, nein. Ja, krass. Die Leute gehen eh schon alle weg. Ach, war... Ey, jetzt ist meine... Bex macht eine Animation einfach. Das ist doch mega Mist. Bex macht eine Animation. Ich kenn' keine mehr Animation. Ich war schon fast in Los Santos. Jetzt bin ich wieder bei der Kartbahn. Ja, ich kann einsteigen. Ja, ich kann einsteigen. Ja, ich kann einsteigen. Ich kann einsteigen. Ich kann einsteigen. Ja, ich kann einsteigen. Ich muss dich unten machen. Warte, 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 wir machen das anders doch, du nimmst bitte den Hustler. Geil, greil, jetzt danke schön. Will ich einen Hustler nehmen? Ja, klar. Äh ja, gute Kart elefern. Aber mit dem Chef ich hab ein Problem. Ja, mein Fakt nicht einstecken. Okay, ich kann mich einstecken. Ehm, Shadow, du fährst bitte mit dem Raster zur L-Marina. Einen Moment, wer kann es vor einem Papa nicht einsteigen? Ich, ich bin rechts. Der Blackjack, der Blackjack. Ich bin der erste Tag. Ich bin der nächste Tag. Ich bin der erste Tag gegen die Zeit. Nein, der Airpods steht im Blas. Es ist mir egal. Nein, Mann. Wer hat einen neuen aufgerufen? Warte. Da klicken wir an und Klaus aus. Wir haben private ... Aufbindern gewetzt. Da ist der Dings hier. Steig bitte bei uns ein. Steig bitte bei uns ein. Jetzt war er, da kann ich nicht einsteigen. Ich hab kein Schleser dabei. Sehr gut. Sehr gut. Warte. 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 Komm mal bitte mit. Fahr. Okay, okay. Geht bitte nun zur Dänen-Arena fahren. Ich werde jetzt schreiben, dass wir uns nur zur Dänen-Arena mitgeben. Chef, wo bist du? Ich fahr. Warte. 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 Hallo. Wie geht man vor? Wie geht man vor? Warte. 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 Asja, jetzt zieh den Big Blackjack in deinen Fahrzeug ein. Bin für den aus dem B vehemil. Der ist scheiß auf. Okay. Ist der uns für Leute recht? Ich glaub' man nicht, oder? Ja, Blackjack macht's bei mir auch mal. Ja, ich kann's jetzt. Ja, Asja, ich habe keinen berücksichtigen. Okay. Es ist eigentlich egal, weil wir müssen nur Marjana und Klaus heute auf dem Erwähnt rausbringen. Können wir los? Ja. Ich auch. Ich auch. Kannst du die Handzeile reinziehen? Äh, äh, rausziehen. Kannst du die Kälber reinziehen? Es soll sich dann hier rein, hier rein. Ähm. Fahr dich. Fahr dich. Jetzt warte. Ziehen rein. Hockes. 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 Ranteil. Was ist das? Was machst du denn noch mal? Rekade? Warte. Der würde sein. Wenn du 50h runterstieg mal tiefen. Dann ist das hier aus dem Weg schaffen. Warte. Warte. Diese blöde Meme. Ich sorge, Mann. Ich bin ja voll auf uns. Ja. Ja. Da gibt's da Kicken. Ja, nicht Kicken. Oder halt. Lass uns nicht aus dem Weg. Fahr du weiter, fahr weiter, fahr weiter. Hallo, da, in der USA reinsteigen. 3, 3. Was? Warte. Wir haben das. Wenn du da rauskommst. Du musst da reinsteigen. Okay, komm. Ja, wans. Wann ist das? Okay, wir sind jetzt genau eine Stunde dran. Kannst du das auch zurückkehren? Vielleicht. Kannst du uns wollen, oder? Ja, ja. Verlangen Gerechtigkeit. Ja, ja, das ist also ein Chef, der muss später werden. Das ist mir scheißegal, weil ich habe ja auch noch Klaus bei mir. Also wir werden jetzt Abseits fahren, weil wir haben heute das alles vor. Stell doch auf Movistans Reporter bei der EM-Arena vor Ort, oder? Ja, ja, ja. Oh, schön. Oh, jetzt kommt der Auge. Riggs? Ja, ja. Nein, Chef. So, so. Ja, so, Mann. Ja, ja, ja. Ja, wir haben auch Probleme. Jungs, eine Freude. Man kann doch einfach irgendwie die Verwaltung der Gäste. Ja, ja. Ja, kann man. Ja, keine Autos draußen. Ja, das wird ja auch die vorliegen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich komm wieder raus! Ruhig freut mich! Ruhig. Raus! Ruhig! Ruhig! Ach, allnn! Amet fanden mich. Shadow, seid ihr schon bei der dame arena. War super! Gut! Gut, dann werde ich jetzt ein Toto ausruhen lassen. Nein, ich bin aus, dass ihr es hier ist. Wir sind einfach ohne Dämer. Ich mach euch platzen. Mal mehr. Mal gucken, mal gucken. War, war, Alter. Jetzt bin ich den Kurs gezeigt. Mach, mach. Komm her, komm her. Alter, Alter. Warnei. Warnei. Jeder hat der, der mich schon auf die Hände da neues und alle anderen weiter. Vor euch, ich bin ganz sicher. Aber mit dem Ding Spawn-Ton. Noch, nein, gonna. Tschüss, vertreten. Der erste Besten auf die 237. 19. Spielhäste. Erst komm, ja noch, endlich, endlich. Das ist nicht einfach, ich hab noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Ich hab alles reingegorgen, ich komm Ich hab alles reingegorgen Fuck Der besser je... Der besser, die sind jetzt alle in Deathmatchlawn als später Hey Ronny Oh sorry Schießen da so blöd, oh Afghan Chris? Alles gut, alles gut, alles gut Ja Skadler zusammen Ja ist ein Auto Ich hab zwei Stunden Ich hab zwei Stunden Ich hab zwei Stunden Ich hab die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit Wie hat der nicht geklärt? Der wird nachher für den Schick rein Stier Stier Ich hab den die Himself Sorry, sorry Prozent 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 Achtung von hinten, von hinten. Ich will euch noch einen richtigen, herzlichen, geilen Dank an das PD und an alle, die mich gewirkt haben. An alle, an alle, die beteiligt waren. Rescue, SAP, 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 mega. Boah, wir haben die Haupt. Boah, wir haben die Haupt. Boah. Oh. 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 Der Staat übernimmt die Pendel-Arena. Toretto wurde aufsteigend. Hausbinder verschoben. Nein. Aua, aua! Aua, aua! Alle. Nein! Alle! Alter. Ich hab's in der Suche, wie die Leute sind. Ich hab's in der Arena gegeben, wie die die in der Arena sind. Ich hab's in der Arena gegeben. Ich hab's in der Arena gebraucht. Ich hab's in der Arena gebraucht. Ich hab's in der Arena gebraucht. Oi, oi, aua. Komm an auf den Zug, Alter. Verdammt, die Kaka. Komm, fly, fly. Wo sind alle hin? Was? Das Team. Oh, x-ray. Wir zeigen dir auch, das gibt's ja nicht. Geil, geil. Haben wir jetzt die Arena komplett übernommen? Ich sehe keinen Gegner mehr. Aber... Schmau, schmau. Schmau, schmau, schmau. Oh, Alter, wie ich das hier ja schüttelt. Randy kriegt immer vor, in der meine Spiele. Hey, Violation. Scheiße, das ist nicht da. Alter, Alter. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo du drauf schießt. Ja, ja. Ey, Leute, wie weißt du, wie weißt du, wie weißt du, wie weißt du. Oh mein Gott, nein. Du sitzt bei mir. Ja, das war, das war gemein jetzt. Ich bin den Haaren. Ich bin die Haare und ich bin die Haare. Ey, Rick, Team. Lächster Chat. Bitte hoff. Noch nicht, Rick. Das er hat er schon auf den Tag, der auf den Tisch. Oh mein Gott. Da wollte ich mich mal zbauen können, hat es aber nicht geschafft Wir kriegen jetzt noch mehr auf dem Server Alter was? Alter was? Ja bitte Einen möchtest du lieber reintragen? Wo eintragen? Auf jeden Fall natürlich Ähm Ich habe dafür entschieden, jeder Reporter als hat man zwar im Zweifelsag Stimmt, stimmt Also ich denke mal, ich werde die auch nochmal abgeschmissen Aber ich habe Nein Ich habe mich im Gier unterbaut Einer bei der Reaktion Bei den Reaktion bleibt Es hat ja alles geil gemacht Ich will auch ein Reaktion Ich will einen Reaktion Oh mein Gott Ich habe einen Skannte auf sich geschossen Ich habe eine Skannte geschossen Ehhh Blitz, blitz, blitz! Kick dich! Nächstes, nimmst du mich an den? Hey komm! Das ist hier das Schitter. Der besiegt einen Skydruck, der mich so sieht, was ich weiß! Ja, ich hab... Der Begründe, dass wir hier an den Angriffen finden, dass sie Kanzlerbets in Hastebring und in Angry Birds organisieren, dass die ein paar Minuten gleich ihre Zeit haben für ein Foto. Hier bist du ja. Lass dir das doch mal reinklicken. Ich bin dauernd tot. Meist sind Exeluke oder Strobe. Alter, Alter, hier stehen drei Leute auf! Nein! Nein! Ah! Ah! Oh fuck! Flick! Flick! Wow! Ich wollte dich noch am Leben lassen, aber dann hast du mich angeschossen. Hallo hier! Hallo hier! Scheiße! Remme! Remme! Ja! Ja! Bin ich! Bin ich! Oh! Oh! Ich hab die erste Lutz! Ich hab die erste Lutz! Ich hab die erste Lutz! Oh! Oh! Bitte! Na na na! Haben wir wirklich das Geld erhalten? Ja! Amos! Sehr gut! Okay! 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 Warte! Warte! Nach ein wenig zu früh! Akzept! 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 Was bist du? 610 Johannes ist zu Zutaten! U公! NewsDisk gewechselt! So! Ahja! Ah ja, gut! Jetzt können wir noch ein Hellen Rebels zuhausein! Ein... Doch! Die A4C KSDR 34 M-Ancelotti ist zu Zutaten! Nein, nein. Alle haben auch noch nicht. Dankeschön. Dankeschön. Chef für 2.32 ist hier. News ist gewechselt. Ecke wird es halt nicht gut. Ey, Junge. Man kann nicht nur 101. Es ist abgemacht. AC 3G hat Jenny Versace erstellt. Frech. 2.32. AC 3G hat Jenny betrieben. Ja, ja. Ich hab natürlich Zeit, worum gehts. Wow, fuck. Bei FBI-Sounds. Äh, weiß ich nicht. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Was denn den Kartoffel? Warte, warte, warte. Ja, genau so. Tada, alle ist hier dringend. Ähm. Wow, wow. Mia, Mia, wir verletzen das. stopp !! stopp !! stopp !! stopp !! stopp ! chronios别 Ähm, zum Loopspawn. Nein, nein, nein. Luder, Luder. Wollen wir gleich mal einen Channel hochgehen? Zum Rescue Channel. A4-SC zu FB. Probenfahndung 2 gewechselt. Zu Chani FB. Probenfahndung 2 gewechselt. Hallo. 5 Millionen. 1,5 Stunden. Hochzeit von Klaus. Und zwar sehr anstrengend. Weil so viele Leute da waren. Oh. Vielleicht könnte jemand noch mal sagen. Oder, oder. Läuft das Event ja immer noch weiter. Also aber hat's geendet. Jetzt sind alle in der Penballhalle und schützen sich alle ab. Das ist gut. Ich gehe auch in der Penballhalle. Wenn ich jetzt M&T wäre, hätte ich jetzt so viel zu tun. Wo, wo M&T? Ja, Paintballhalle. Paintballhalle, ja. Parken nach Autos. Kannst du eine Koto ordentlich in die Höhe schießen. Ich glaube ich muss mit Tiefen reden. Kann man auch mit der Sonderloggen nicht gehen. Okay. Nehm B und T. Achso. Hat der Cox einfach auch mal so bekommen. Ja, die Party ist jetzt immer lustig, dauert es noch ein bisschen. Ist das die alte, was für ein Base war das? Nee, es ist nicht ein Ghost Zone. Ich katte das auch, was auch vorher gar nicht. Den Korb aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich das hochhören soll, das ist ganz, ganz, ganz viel Videomaterial. Ich kann das nicht, ich kann nur alles zusammen hinzufügen oder was schneiden, da kann ich nicht. Oder die Autospur austauschen, jetzt wird das maximal. Die Autospur. Ich habe Video, äh, Microsoft Videomaker. Ja, das hat ja nur diese Basikfunktion. Schneiden, dann wieder etwas speichern. Streifenbereich 3 gewechselt. Ja. Erstmal jemand ist TVO.geben, der hier falsch geparkt hat. Nein, ich bin voll einsatzbereit. Alles klar. Nicht roh, Alter. Doch die Trottel ist, du Luzi. Komm, bitte. Da, AC-3-Frieg ist zu Zuzan-Jus. Nein, das ist zu Zuzan-Ding. Streifenbereich 2 gewechselt. Oh, Luda. Und gleich kommt's dann hoch. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt. Zum, 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 äh, Rescue-Kennel. Arfazit ist zu ZFB. Ja. Drogenfahndung 2 gewechselt. Warte, soll ich das nochmal nachgeben? Moment, Moment. Zu ZCFB. Entschuldigung. Drogenfahndung 2 gewechselt. 1,080,000,000. Eben, ne, 3,5 Millionen. Oh, ist halt weit weg, ne. Ja, wie glaubst du kein Haus mehr, oder? Boah, ich hab's mal was. Fäck mal. Ist einfach mal an. Ja, ich hab' ja genau aufgestellt, hab' ja alle beiurningen. Sag mal, wo das ist. Das Haus, naja, eher nicht. Zauberer. Oh. Was? Okay? Nichts bei dir. Nichts bei dir. Was? dann vielleicht können wir noch mal hin vorne und sagen dass sie vor der PaintShop Halle die 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 vor ich muss mal ganz kurz auf Städte wo und danach ergerlich ist am besten weil ich habe jetzt auch Hunger und ich muss kacken ich glaube ich muss noch mal mit Tieten reden da muss man eine Sondererlaubnis geben sowas M&T also hat der Cox einfach auch mal so bekommen ja die Fahrt hier ist immer lustig dauert dann auch ein bisschen ist das die alte was für eine base war das? ne ist nicht ein ghost town ich kannte das auch vorher gar nicht ich bin schon was war 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 war